willkommen zu einem weiteren livestream wir schauen uns im heutigen video bzw in dem heutigen livestream ki projekte die eventuell eine kleine market cap haben und dementsprechend natürlich einen starken anstiegspotenzial zudem habe ich euch einige ki projekte und generell crypto projekte mitgebracht mit einer kleinen marktkapitalisierung und gerne schauen wir uns auch eure small cap projekte an oder auch eure projekte wurden investiert seid eure geheimtipps ich habe heute neue mitgebracht ich habe mich jetzt damit einigermaßen beschäftigt und bin dem mensch noch nicht dem entschluss gekommen ob ich daran investieren soll oder nicht das was mir bei diesem projekt zum beispiel aufgefallen ist ist dass es relativ ja nicht so weit vom tiefsten punkt entfernt ist das sind natürlich trotzdem noch mal 20 ex von tiefpunkt aber wir haben eine markt von ungefähr fünf millionen das heißt es herrscht noch einigermaßen viel luft nach oben der hat die acht acht mein bester guter mein bester youtube freut mich wieder mal euch zu sehen es war lange her dass vielleicht schon gemacht haben ich möchte von euch da draußen wissen welche ki projekte aktuell man investieren kann wo eine kleine market cap haben und die menschen natürlich ein starken anstiegspotenzial und noch den dpn bereich also sei es sowas wie kudos render solche projekte brauche ich weil wir wollen jetzt in diese projekte investieren jetzt steht kurz der halbing bevor im april ist es soweit wir müssen jetzt gute projekte frühzeitig erkennen und dann investieren von daher sofort in solche projekte die relativ kleine market cap haben und so nah wie möglich am tiefpunkt sind und dementsprechend suche ich aktuell mit euch nach solchen projekten gerne könnt ihr mir solche projekte reinhauen ich habe heute ein video zu wie ihr gesehen habt vermutlich zu karton gaming gemacht artis auch ein ki projekt beziehungsweise es ist ein ökosystem wo gaming und ki zusammen ist alles wird mit dem karton token bezahlt und das projekt hat wirklich eventuell guten anstiegspotenzial ungefähr 1,5 millionen market cap es ist wirklich so ein kleines projekt da ist luft nach oben alleine wenn wir 15 millionen markt erreichen sollten mit diesem projekt hätten wir einen 10x anstieg und bei 150 millionen eventuell wenn wir so hoch steigen sollten hätten wir dann 100x anstieg wir müssen halt schauen wo wir bleiben wo welche projekte bin natürlich ist das risiko mit bei solchen market caps auch viel viel höher da muss man wirklich aufpassen mir hat dieses projekt gefallen weil es jetzt auch in viele verschiedene richtungen geht einmal in kai ich habe euch diese liste schon mal diesen bereich gezeigt also kaffee und gaming habe ich ein video gemacht gehabt mit 25 spielen auch sehr gute spiele dabei und einmal jetzt heute das video über artis kai da kann man so art photoshop betreiben sich rein stellen so sieht das bild an sich aus und dann wird es in viele verschiedene mit kai hintergrund und und ort und aussehen und was weiß ich nicht was alles möglich ist mit katz mit mit artis wirklich sehr sehr man kann sogar seine ethnik ändern körperform frisur höhe kann was werden 3 for free da gibt es so damit man halt ein bisschen werbung hat kann man da zu versuchen was machen und dann am ende muss man natürlich das ganze bezahlen mal schauen ob mein plan aufgeht ich habe jetzt mal rein investiert ansonsten würde ich auch gerne mal eure projekte hören was sie aktuell am laufen habe ich habe jetzt auch mich noch mal mit jennet noch mal ein bisschen beschäftigt bin am überlegen ob man hier nicht investieren sollte ob es das war generative das problem ist ich wusste nicht genau wie man wo man das ganze kauft juni swap habe ich gesehen und da bin ich auf aber das ist nicht der token das ist ein bisschen komplizierter das einzukaufen die sah für mich interessant aus weil wir meine kleine marke gehabt zwei millionen auch hier einen guten anstiegspotenzial und wir sind beide sind nicht so weit von dem tiefpunkt entfernt 0,08 cent und wir sind bei ungefähr 0,25 wir haben nur paar ex anstieg mich würde interessieren war wie man ja ich werde ich werde jetzt in der nächsten zeit mal schauen wie ich in in dieses projekt ein bisschen kann juni swap ich es funktioniert nicht ich habe es versucht ich muss mal also beziehungsweise ich habe mich jetzt noch nicht so stark damit beschäftigt wie ich daran investiere aber ich werde euch definitiv bescheid geben wenn ich dann investiert habe aber nicht vorher kaufen ansonsten wäre müßlich muss ich es sehr teuer einkaufen nein spaß natürlich wenn ihr die möglichkeit habt investiert sofort rein ich habe immer videos raus zu den projekten waren was ich einkaufen will manchmal kauft die vor mir ein manchmal verpasst den einstieg manchmal kaufe ich vor euch ein manche denken nur weil man jetzt wie soll ich sagen nur weil man jetzt vor anderen leuten einkauft dass man die den markt bewegt wie okay bei millionen market cap ist das halt möglich ab aber ich kaufe zeitgleich ein also sagt man es mal so ich habe ich kaufe zeitgleich ein ich gebe euch bescheid hey in der telegram gruppe wenn ihr übrigens reinkommen wollt gerne kostenlos und in der video beschreibung komplett familiäre telegram gruppe ihr wisst es alle selber und da gebe ich euch wirklich tage davor bescheid oder an dem selben tag jungs ich kaufe da ein und was soll ich halt mehr machen ich kann ja das funktioniert nicht manchmal mache ich halt ein video raus und kaufe sein und dann heißt es ja du hast aber nicht eingekauft macht nur video und und dann kaufe ich da vor allem danach sagen leute ja du hast erst eingekauft und danach werbung dafür wie soll wie soll was ich machen im endeffekt finde ich irgendwie so ein zwischending ist einfach in der telegram gruppe das ganze posten was machst du denn hier junge exen crypto deutschland grüße ich mein besser was haben wir noch rb guten namen zusammen julian lg ist auch noch mal dabei mein besser freut mich dich auch in der gruppe zu haben mag auch auf jeden fall oder schauen wir uns gleich an beste telegram gruppe rb ich gebe dir da vollkommen recht ich habe noch nie mein leben so eine coole telegram gruppe gesehen richtig coole ich bin so glücklich darüber dass hier so eine coole familie geworden sind kann man mittlerweile schon sagen ich verbringe so viel zeit auf telegram mittlerweile mein ganzer tag hängt dort also euch sachen zu posten ich bin mittlerweile sogar mehr auf telegram aktiv als auf youtube aber richtig cool fangen wir mal gleich mal mit ohr e1 an ohr e1 mega mega cool ich habe jetzt auch vor den nächsten tagen einzukaufen ja ok mein bester ich sehe ich sehe hier eine sache was mich ever cloud hey wünsche dir auch einen wunderschönen abend was mir halt nicht gefällt die market cap also was heißt nicht gefällt es ist halt nichts wo du nicht jetzt aktuell investieren möchte 200 million market cap ist halt ist halt relativ hoch für meine verhältnisse ich suche unter 50 million market cap nichtsdestotrotz kann man hier immer noch seine 20 ex 30 ex theoretisch schon mitnehmen ist gar kein thema aber dafür müssen halt mehrere faktoren mehr mitspielen als bei anderen projekten aber wir können uns gerne mal das projekt anschauen es ist auch überall gelistet bitgeld koinex geht da joko koin aber schauen wir uns mal an was für ein projekt das genau ist in welche richtung das ganze sich hinbewegt übertragen sie vertrauenswürdige beweise wie sich welche schicht eins zur überprüfung der mehrdimensionalen vertrauenswürdigkeit von ki und zum erstellen von webfree anwendungen mit einzigartigem ki oracle interessant also ähnliches so oracle system wie mit bei chain link aber das ganze unterstrichen nochmal mit der ki technologie interessant okay hier sehen wir auch mal die ganze verbindung oder chain in der mitte und baut interoperabilität zwischen den verschiedenen netzwerken auf oasis trawa und viele viele weitere injective mittlerweile sogar die neun was heißt die neun projekte die auch wie chain mit neuem logo interessant da können wir mal gerne auch mal was da wo we chain steht aber sieht nach einem interessanten projekt aus market cap ich würde ich würde das projekt eher als ein projekt sehen was in richtung nicht mehr small cap aber ort kein richtung obwohl es sind alles ort könnte aber high cap kann man nennen aber mittel mittel cap ich weiß nicht in die richtung kann man das ganze zählen denke ich ok lädt die seite halt nicht auf aber ansonsten sieht nach einem interessanten projekt aus kann was werden definitiv 10x kann man da mitnehmen was haben wir alles oder ist schon recht gestiegen aber noch weit entfernt vom all time high ja das könnte sein wie weit ist es vom all time high entfernt ja so weit jetzt auch nicht das sind ungefähr 4x ist fein nicht viel 4x ist nicht viel das geht ruck zuck also es kann gut obwohl bei so einer market cap 4x werden wir bei 8 obwohl 8 800 millionen market cap wer trotzdem noch ja es ist es ist okay es ist okay kann man erreichen was haben wir was haben wir aber claude kann doch ein bisschen dabei sein freundin muss noch an etwas arbeiten bevor wir los müssen ich verstehe ich vollkommen mein bester sieht nach einem guten projekt aus aber recht hohe market cap bereit genauso sich das ganze auch guten abend aber claude guck mal da wirst du sogar noch mal von rb persönlich begrüßt hier in der telegram gruppe in der in der chat mega weil ja mit meinem bester auch einen wunderschönen haben das freut mich wirklich euch alle zu sehen mag hau mal gerne noch paar andere projekte oder generell wenn ihr interessante projekte habt gerne mal raus ansonsten gehen wir weiter wir haben noch mal bibel ich weiß nicht wie ich das aussprechen soll habe ich mir auch angeschaut 27 millionen market cap ansonsten ja xen crypto ich glaube das ist dein projekt da wo du rein investiert ich bin dabei mit coins komplett raus rejuve habe ich mir angeschaut ist ein sehr sehr interessantes projekt ich habe dazu auch mal separates video gemacht das projekt ich bin ich bin wirklich am überlegen ich bin wirklich am überlegen rein oder nicht rein raus weil einige von euch haben da ich weiß nicht wie viele von euch da investiert sind ähm aber ansonsten ich sag mal so bei 0,01 cent war der tiefpunkt wir sind bei 0,03 cent das heißt wir sind ungefähr 3x von ähm tiefpunkt entfernt ja ich weiß nicht also ich habe mich jetzt mit deinem xen projekt gar nicht beschäftigt ich weiß nicht was für ein projekt das ist ich habe es nur noch einmal angeschaut hat mich jetzt persönlich nicht wirklich interessiert aber ansonsten wenn du damit gute gewinne machst ich gönne dir es komplett vom herzen mach damit deine 100x oder 1000x wie du willst aber ich persönlich bin bei diesem projekt raus ähm beziehungsweise du kannst ja gerne mal reinschreiben was dich an dem projekt so fasziniert das würde denke ich viele leute interessieren also du kannst gerne mal reinhauen was dich bei diesem projekt so fasziniert ähm rejuve AI ist ein sehr interessantes projekt das was sie haben beziehungsweise machen wollen ist sehr zukunftswürdig also sehr futuristisch sag ich mal sie wollen nämlich ermöglichen dass wir länger leben können dass wir altern verlangsamen dass wir eventuell sogar äh endlos leben können und halt auch verjüngen können dass wir uns irgendwann mal ähm in die alt wenn wir jetzt irgendwann mal alt werden sollten 70 80 dass wir wieder mal so jung werden können wie mit 30 oder sowas ähm dafür nimmt es von Menschen verschiedenste Daten sei es Blutproben sei es ähm Blutdruck verschiedene verschiedene Daten nimmt dieses Projekt auf sich auf dafür gibt es die App wenn ihr zum Beispiel so eine Smartwatch habt wenn ihr Blut abnehmen lässt wenn ihr verschiedene Daten habt dann könnt ihr das dahin schicken und könnt dann dementsprechend mit verschiedenen Token und so weiter belohnt werden und diese AI arbeitet dann natürlich mit Daten das heißt wenn jeder auf der Welt irgendwann mal viele Daten hingeschickt hat werden die Daten natürlich ausgewertet mit der künstlichen Intelligenz Technologie und dementsprechend sollen dann halt Methoden entwickelt werden wie wir verschiedene Krankheiten beseitigen wie wir verschiedene bla 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 halt irgendwann mal das Alter verlangsamen und ob das ganze jetzt aufgehen wird oder nicht das werden wir natürlich sehen wir haben nur 10 Millionen Markets was sehr schön ist sehr sehr klein äh was mir aber aufgefallen ist ähm beziehungsweise jedes Mal hier in den Bereichen wo wir uns aktuell befinden wollte dieses Projekt eigentlich ausbrechen hat's niemals geschafft beziehungsweise ist immer in die Bereiche angekommen ungefähr bei 0,3 Cent wurde abverkauft 0,3 Cent abverkauft wir befinden uns aktuell bei 0,03 Cent was passiert jetzt wohl werden wir wieder diesen Abverkauf erleben werden wir das ist halt immer die Frage ist auch ein ein Jahr altes Projekt ist es ein Scam ist es nicht ein Cardano man kann spekulativ denke ich investieren ich muss mir das ganze auch nochmal überlegen aber es es fehlt mir noch irgendwas es fehlt mir noch irgendwas damit ich hier rein gehen genau Rejuve hat unter strategischen Kooperationen auch AGX kann noch sehr interessant werden was auch Rejuve sehr interessant macht ist auch unter anderem dass dieses Projekt hier die die Dame und auch er bei AGX tätig waren bei Single Rating Net Ökosystem er auch bei AGF Forschung also der war sie war auf jeden Fall bei Single Rating Net Ökosystem mit dabei und wenn man das jetzt nachträglich nochmal nach und nach liest dann sieht man halt dass sie halt sehr stark mit Single Rating Net verbunden sind jetzt kann man spekulativ denke ich investieren und dann mal schauen wohin die Reise mit diesem Projekt geht an sich sieht das für mich persönlich nach einem wirklich guten Projekt eigentlich aus müssen wir mal schauen genau stimmt der Ben Götzel ist immer noch bei AGX drin im Team genau der wo habe ich ihn gemacht genau er ist noch bei AGX noch mit drin mal schauen ich weiß nicht wie wer ist alles von euch in dieses Projekt investiert was was haltet ihr von dem Projekt ich bin mir am überlegen ich habe mit ich habe mit mit ich habe mal in der Gruppe nachgefragt also auf der Telegram-Gruppe habe ich ein paar Sachen gefragt wie sie sich das vorstellen in der Zukunft gab es gute Antworten mit mit ihr habe ich glaube mit ihr habe ich glaube geschrieben also mit ihr habe ich gefragt hey wie sieht es aus äh können die und die Krankheiten wie habt ihr das euch vorgestellt wie soll das funktionieren und da haben die halt gemeint dass sie halt hauptsächlich mit denen viele Daten erfassen zusammen also da müssen halt das ganze System muss mit Daten gefüllt werden verschiedene Krankheitsdaten verschiedene Menschendaten und verschiedene Gesundheitsdaten alles mögliche muss das gefüllt werden und dann halt dementsprechend mit KI halt Möglichkeiten rausgezogen werden oder beziehungsweise wie soll ich das sagen sollen halt Ähnlichkeiten irgendwie herausgenommen werden und irgendeine Möglichkeit finden dass es halt behoben werden kann noch nicht hatte es aber in Betracht gezogen gab einfach sehr gute Projekte in der letzten Zeit aber das ist auf jeden Fall ein Projekt das auch seine Zeit brauchen wird bis es richtig steigt definitiv so sieht das aus hier haben wir nochmal die Roadmap 2024 soll das soll die App gelauncht werden ist aktuell noch nicht auf dem Markt Research Program Onboard auf Geonomi Data Premium Subscription Personalization bla 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 nichts wichtiges also das was aktuell sehr wichtig ist meiner Meinung nach ist der App Launch und der Rest wird nach und nach kommen eine Milliarde Review Token weil es auf Ethereum und BNB und Cardano Netzwerk läuft und davon sind halt 30% im Umlauf was eigentlich schon sehr schön ist man kann hier spekulativ denke ich mal rein was ich glaube ich machen werde warum nicht ich meine ich habe jetzt nicht zu verlieren vom Tiefpunkt ist es jetzt auch nicht so weit entfernt maximal 2 bis 1 X ja ich glaube ein bisschen was haue ich da mal rein und wenn es läuft wenn es gut läuft läuft es halt gut wenn es nicht gut läuft war ich mit dabei wenigstens ja muss ich mal schauen ansonsten kann man auch gerne noch eure Projekte anschauen wenn ihr was interessantes noch haben solltet wir sagen ja Ümit natürlich Rejuve haben wir uns angeschaut ja können wir auch gerne noch die anderen Projekte das habe ich mir noch angeschaut Jana AI mit Jana AI verfügen sie über eine hochentwickelte KI Assistenten auch interessant aber gibt es aktuell nicht zu kaufen Gaming habe ich mir auch angeschaut gibt es aber auch aktuell nicht zu kaufen hey Xen Krypto Deutschland mein Best Day 10 Euro raus gehauen mega danke Open Source Code Fair Launch keine VC Treibstoff eines neuen Ökosystems niemand der dich dumpt unter 40 Millionen Market Cap holt das nach 15 Monaten starke Überlebensfähigkeit Jack Levin ex Google was ist deine Meinung Friend Free Komun AI Kevin wünsche dir auch einen wunderschönen Abend Xen also schauen wir uns mal das schauen wir uns Friend danach an Komun AI schauen wir uns auch danach an davor schauen wir uns mal Xen Krypto an dann könnt ihr mir auch mal eure Meinung dazu raushauen was ihr davon haltet was ihr denkt was das Projekt für ein Potenzial hat also wir haben ein Projekt das hat eine 36 Millionen Market Cap das Projekt wurde auf Ethereum Avalanche Polygon und BNB gelauncht wir haben ein Maximalangebot von nicht verfügbar wir haben ein Gesamtangebot von 3 Trillionen Xen Token seit dem Launch wurde das Ding ultra stark abverkauft also wirklich stark abverkauft wie war der Launch war ungefähr bei 0,005 Cent und wir sind bei 0,000 Nullen danach auf 12 Chains bitte sehr ja äh 24 Stunden gehandelt der Volumen liegt bei 9 Millionen ähm das ganze wurde von Coin Market Cap Team noch nicht überprüft deswegen dieses Symbol hier und wir sind eigentlich wenn man uns das ganze betrachtet so tief wie nur möglich also wenn man investieren wollen würde ist man vom tiefsten Tiefpunkt 2X aktuell entfernt schreibt mir auch gerne nebenbei eure Meinung EverCloud was du davon hältst was ihr alle davon haltet wir können uns mal gerne die Webseite an aufmachen Armaturenbett keine Daten ich sehe hier es ist überhaupt nichts verfügbar Projekte Werkzeuge also ich ich kann die Sachen nicht mal aufrufen einen Satz kann ich machen Laufzeit Armaturenbrett es ist halt Geh auf Fair Crypto wie auf Fair Crypto meinst du Fair Crypto Fair Crypto Foundation Fair Crypto Foundation Forschung Forschung und Entwicklungsgemeinschaft meinst du die Seite yes ok Satoshi Nakamoto Bitcoin Peer to Peer System Peer to Peer ohne dorthin zu finanzieren yes zugrunde liegende blockchain und das gleichgewicht wirtschaftliche macht wegen zentraler Organisation und so weiter und so fort ok wo hast du dieses Projekt entdeckt mein Bester hau mal gerne in die Kommentare rein wo du dieses Projekt entdeckt hast mich würde es mal interessieren weil so ein Projekt findet man halt einfach nicht nicht einfach so hast ja bestimmt irgendwo research betrieben und hast es irgendwo interessanterweise gefunden es interessiert mich weil du bist echt sowas von diesem Projekt überzeugt nicht dass es negativ klingen soll aber du bist halt wirklich fast schon fanatisch du 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 das wie wo bist du eingestiegen evercloud gerne schreibst auch gerne dann in die Gruppe mal rein was du dann davon hältst wenn die aktiv sind ich meine ok diese Gesamtangebot ist schon mega heftig muss man halt ehrlich sein ok ok interessant ein großer youtuber hat von mehr als einem jahr ein ammer wird mit jack liven gemacht ich bin bei crazy ok interessant ich behalte es mal habe auch noch minzlauch ok interessant ich schaue mir das gerne noch an es ist wie alt ungefähr ja zwei jahre eineinhalb jahre alt sagen wir mal eineinhalb jahre altes projekt wenn ich jetzt nicht falsch ja eineinhalb jahre altes projekt ich kann man überall bingex maxi etc überall kaufen joe paris ich kenne mich da echt nicht aus joe paris kenne ich kenne mich jack levin kenne ich auch nicht ich bin da echt raus war der youtuber denke ich ich schaue es mir aber gerne mal ich beschäftige mich mal damit und dann ja aber cool weil du bist so überzeugt und das jetzt hast du mich mitgenommen ich schaue es mir mal gerne an weil ok die webseite sieht jetzt ein bisschen auch nicht so optimal aus albay moin mein bester ich wünsche dir einen wunderschönen abend schauen wir uns aber mal die anderen projekte an xen in welche projekte bist du noch investiert kannst du auch gerne die anderen projekte reinhauen also das würde mich persönlich interessieren ich kann dir sogar ein herz schicken cool und ich kann sogar euch äh mitgliedschaften verschenken jetzt fünf mitgliedschaften verschenken und ich kann nochmal nein oder doch jetzt kann ich nochmal fünf nochmal fünf alle die da sind bekommen mitgliedschaften perfekt weil wir einfach so eine richtig coole community mittlerweile sind und da gehört sich definitiv sowas ähm fangen wir mal an stimmt wenn geht's blablabla agix intim da 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 wir haben hier friend das das habe ich mir glaube ich mal angeschaut es ist nicht so eine chat app gewesen friend free habe ich falsch geschrieben ah ja was mache ich bin friends genau friends free zwei millionen market cap top wirklich sehr schön also small cap projekt mit high risk aber dementsprechend auch ein starken anstiegspotenzial 0,01 cent war der tiefste punkt 0,03 cent 4 cent er war so ein 4x vom tiefsten punkt aktuell ich habe mir dieses projekt angeschaut gehabt ich weiß es noch eine millionen fast zwei millionen 24 jahre volumen top eine milliarde friends token weil es auch bnb läuft und davon sind ungefähr fünf prozent im umlauf das ist halt schon ein kleiner negativpunkt dann haben wir uns mal die app angeschaut genau posten plaudern handeln spenden bla 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 und da gibt es halt auch verschiedenste bekannte gruppe und verschiedene persönlichkeiten denke ich alle anderen kenne ich meme coins auch und so weiter also danach haben wir treffen sie freunde friend free ist eine führende social die app mit der jeder in web free freunde finden und gewinne erzielen kann auf friend free erhalten content ersteller direkte finanzielle anreize was die nahtlose integration der creator economy mit web free markiert das ganze habe ich mir angeschaut ich habe auch das ding mal ich habe es definitiv angeschaut sieht sehr interessant aus auch die partnerschaften habe ich mir angeschaut die empfohlene partner die bnb war dabei ok x genau chain gbt nicht chat gbt chain gbt und welche haben noch so interessant und rest kenne ich halt nicht ich meine spekulativ kann man definitiv investieren man kann definitiv auch gute gewinne dann mit erziehen muss man halt schauen kommun ai übrigens danke nochmal kevin für dein kommentar okay mit punkt funktioniert das nicht genau aber auch bei diesem projekt mein bester siehst du die market cap ist 130 millionen es heißt nicht dass das projekt schlecht ist das heißt nicht dass er noch 100 ex machen kann oder sowas es geht mir nur darum dass man halt dass ich in viel kleinere projekte investiere aber nichtsdestotrotz wir sind bei dem projekt mit am tiefsten tiefpunkt wo man aktuell überhaupt sein kann launch war ungefähr vor paar wochen vor ein paar wochen und wir waren bei 2 dollar 66 und wir sind bei 1 dollar 2 90 also wir sind ungefähr beim launch preis etwas niedriger etwas tiefer unten aber die markt ist für mich persönlich leider etwas zu hoch gemeinde er im also kommun ja kommun gemeinde auf deutsch übersetzt erinnerung der art und weise wie wir software software für die erstellten designer schlechte übersetzung aus deutsche aber ich bin ich habe es mir angeschaut aber ich bin da definitiv raus das hat es geht mir also es ist wie soll ich sagen ich bin ich gehe jetzt nicht tiefgrün in dieses projekt ein ich habe mich jetzt auch nicht so stark damit befasst aber bei mir wie gesagt aktuell wenn ich in high cap projekte ein bisschen oder was ist die high cap middle cap könnte man das bezeichnen dann würde ich mir das definitiv anschauen aber mein aktuelles investment ist wirklich in small caps oder in extreme small caps wo vielleicht auch nur paar hunderttausend euro insgesamt drin stecken ich weiß damit erfahre ich ein viel größeres risiko aber ich habe schon in meinem portfolio solche projekte drin daher bin ich mal bei diesem projekt nur wegen dem nicht dass es schlecht ist oder irgendwas nur wegen diesem grund bin ich werde ich da höchstwahrscheinlich nicht investieren nicht nie aber höchstwahrscheinlich nicht lamp können wir uns gerne anschauen lamp lamp da 15 million markt genau so spricht man mich direkt an ich bin wirklich bei solchen projekten dabei das projekt gibt es schon seit 2019 ja ist schon ein paar jahre auf dem markt sag ich mal hat den bull run mitgenommen also noch so irgendwie mitgenommen dann noch mal 2021 mitgenommen hat aber seit all time high nicht mehr gebrochen und seither abgefallen unten in den tiefsten bereichen und dann noch mal einen guten anstieg der tiefste bereich war bei 0,001 cent und wir sind bei 0,009 5 cent das heißt wir haben 9 ex von dem tiefsten punkt aktuell nichtsdestotrotz 15 million markt gibt da kann noch 10 ex 20 ex drin sein wenn das projekt gut ist alleine wenn seine all time high bereich erreichen sollte hat man gute gewinne schon mal erzielt läuft auf dem ethereum netzwerk und was für ein projekt das ist schauen wir uns gleich mal an lambda ist eine modulare speichernetzwerk mit dem ziel eine parameter die lösung basierend auf ip 484 und webfi speicherdienste bereitzustellen ok mich würde auch generell interessiert was ihr von diesen ganzen punkten also hier schreibt mir die projekte rein und was euch bei diesem projekt am meisten gefallen hat oder beziehungsweise was wo ihr sagt hey wow genau das ist das was dafür sorgen wird dass das projekt gut durch die deck gehen wird sei es das team sei es was anderes dass ich will gerne auch eure denkweise eure gedanken darüber sehen um weil je mehr gedanken je mehr meinungen je mehr augen wir haben die auf verschiedene projekte anschauen desto beziehungsweise von verschiedenen winkeln desto besser können wir das ganze beurteilen von daher gerne auch eure meinung immer direkt reinhauen interessantes projekt schauen wir uns aber mal das nächste projekt an wo kann man das alles kaufen auf den gängigsten plattformen auf den gängigsten plattformen von 10 milliarden lamp tocken sind aktuell 20 prozent im umlauf was eigentlich auch nicht so verkehrt ist die frage ist nicht dass es so ein buch an wieder wird kann man halt nicht wissen schauen wir uns auch mal das nächste projekt an du hast nämlich auch wenn ich jetzt irgendwas krasses findet haue ich das direkt auch in unsere liste rein nicht wundern die liste haben wir uns gemeinsam erstellt gehabt schido habe ich auch öfter gehört das ist ja das new was wir uns anschauen 16 millionen market cap und das projekt hat ganz komische bewegungen gemacht relativ lange in einem selben bereich geblieben und dann einmal stark abverkauft gut angestiegen also tiefste breche aber bei 0,001 18 und wir haben ein 10 ex von dem tiefsten bereich schon mal hinter uns 15 millionen market cap 1,4 millionen 24 jahres volumen und 18 milliarden schido token davon sind ungefähr hälfte im umlauf es wird auf dem film netzwerk aber was genau ist das für ein bild und schido bauen sie auf schido auf bauen sie ohne grenzen schido kombiniert die interoperabilität des kosmos mit der entwicklungsleistung von effium machine und wie es okay ein wachsendes ökosystem von die apps auf schido also seine smart contract plattform so wie das verstehen schios gern entdecken sie das netzwerk das cross chain die frei ökosystem der nächsten generation es gibt eine app dafür auch schido app schido karte schido netzwerk layer one proof of stake blockchain und ne dex auch also schido dex cross chain dex und ja die app kann man nun runterladen aktuell interessant könnte man sich definitiv mal anschauen das nächste projekt new ach so war das das was du oder ist es ein neues projekt newton newton auch cool genau nicht verkehrt solche projekte mag ich also auch seit 2009 10 auf dem markt aber seither nur abverkauft worden nur abverkauft worden 98 milliarden new token weil es auf dem bmw netzwerk läuft market cap wird nicht angezeigt das ganze kann man bestimmt auf dingen gesehen kein gecko infrastruktur for the economy also es braucht eine infrastruktur will eine infrastruktur aufbauen sieht interessant aus market hat kommen uns mal gerne anschauen kein market cap kein gecko koin gecko können wir uns das ganze mal anschauen die frage ist welchen new meinst du doch zwar das new was wir uns angeschaut haben new ton newton project new interessant ist auch gut gestiegen schon mal aber market cap ungefähr bei 13 millionen hier wurde es noch mal angezeigt es ist das noch mal nein das ist was anderes api kategorie da das ist ein anderes ich habe keine ahnung market gibt nicht angezeigt obwohl doch das ist das projekt 13 millionen market cap interessant bin ich auch persönlich schon mal raus weil ich möchte aktuell nur noch in ein kai und die pin projekte investieren dual habe ich mir ehrlich gesagt angeschaut fand ich auch nicht so schlecht genau gbt aber es ist halt gut gestiegen schon mal von tiefsten bereich 16 millionen mark gibt es auch sehr sehr schön alleine wenn wir 160 millionen erreichen sollten was durchaus möglich ist 10 ex ungefähr bei 500 millionen hätten wir schon 20 30 ex was sehr sehr schön wäre der tiefste punkt war 0,004 wir sind bei 0,014 das heißt wir haben vom tiefsten punkt ungefähr dreiecks anstieg schon erlebt was immer noch bei so einer market cap noch lange nicht das ende ist bzw nicht so viel ist das noch viel mehr potenzial wenn es gut aufgehen sollte natürlich 9 millionen 24 jahre des volumen und von den 10 milliarden sind aktuell 10 prozent im umlauf als eine milliarde es sollte viel im film und bnb netzwerk es war glaube ich genauso ein genau das war so ein game so ein autoren gamespiel game gbt kai gesteuerte game bilder genau wir unterstützen die nächsten 10.000 blogging spiele mit einem tool genau das habe ich mir angeschaut gehabt sehr viele interessante große mitentwickler mit mit projekte über 150 millionen aktive benutzer da so spiele wie league of legends destiny pubg und viele viele weitere aber ehrlich gesagt nicht noch tiefer rein in die materie wie das ganze funktioniert würde mich aber persönlich sehr interessieren weil das nach einem interessanten projekt aussieht muss ich mir definitiv mal anschauen das habe ich genau da kann man die ceo sehen gründer können wir gerne mal aufmachen wo er war außen texas kommt aus den staaten haben wir noch irgendwelche daten über ihn wurde nicht gezeigt also man kann bestimmt noch weiter lesen aber für das video wäre es jetzt leider zu lang kann auch gerne mal hier über ihn was lesen bei manchen steht hier gleich schon mal ganz oben drauf was sie machen wo sie wo sie tätig waren und so weiter und so fort hier zum beispiel nun mal bundesteritorium kuala malaysia wird sie jetzt auch nicht vikto sie von und die operating officer of prism okay sie also prism ist ja auch ein crypto projekt gewesen das kennen ja wahrscheinlich auch einige von euch also war ein cio auch zwei millionen market cap auch gute anstiegspotenzial läuft auf dem solaren netzwerk kann man auch nur über diese börsen kaufen jupiter gate io muss man schauen ansonsten sieht das persönlich meiner meinung nach wirklich interessant aussetzen muss ich nur noch wo ich das hingetan habe genau sieht wirklich interessant aus und man kann da halt spekulativ definitiv geld rein wissen was ich vielleicht auch eventuell machen werde aber ich muss mich noch damit mehr befassen mal das team die gründlich anschauen telegramm gruppe mal rein interessant definitiv game gbt habe ich das hier drin g gbt oder gpt gpt war das gpt cool interessant schauen wir uns dann weiter an wo was was wir noch haben franz commune hammer reinlesen puls chain und hex ok was das habe ich habe ich alles gelesen gehabt ich glaube mal ja definitiv also strategisch bla 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 da kommt okay danke übrigens danke für deine ganzen nachrichten pulse chain und hex bin ich drin und etwas in apet krass und die bags schaue ich mir gleich an also lamp new duel haben uns ja gerade angeschaut wirklich interessanten haben uns auch angeschaut gehabt ich glaube mal ja oder weil es ist ihr müsst euch vorstellen land das haben uns nicht angeschaut auf fünf million market cap schido habe ich ja vorhin angeschaut schildo duel haben wir uns ja gerade angeschaut und die anderen puls stehen und so weiter schauen uns gleich an lamp aber doch haben wir uns noch angeschaut gehabt das war ja das war ja genau das doch da haben wir uns angeschaut dann schauen wir uns jetzt mal dann schauen wir uns mal puls chain also puls in pls zwei millionen wo aber zwei marktkapitalisierung was ist das bitte für da passt dann was nicht also zwei milliarden market cap aber da passt definitiv was nicht wenn dann überhaupt zwei millionen keine ahnung irgendwas passiert definitiv nicht also zumindest zeigt sie falsch an das projekt ist auch nicht so alt auch fast nur maximal jahr als so wie ich das ganze sehe genau was nicht schlecht sein muss wir können uns mal anschauen was für ein projekt das putsch in auch nicht ist gestartet interessant du bist wirklich ein ganz ganz crazy projekt rein mein bester puls chain puls chain da haben pls okay das haben wir uns puls chain vielleicht gibt es hier ein bisschen mehr information 23 millionen jahren wieso steht hier 23 milliarden market cap aber ist auf rang 5 bla 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 was 5000 verstehe ich nicht also zwei jahr zwei milliarden market cap und 10.000 24 jahre das volumen und dann da passt irgendwas nicht und hex hex kennt ich persönlich glaube auch habe ich mir auch mal ist ja auch high cap mit einer milliarde bin ich aber persönlich auch raus und ipad mich mal interessieren ipad crypto deutschland es würde mich auch wirklich freuen wenn du nicht alles immer so groß schreibst weil das das ist immer so schwer zu lesen wenn du normal schreiben könnte es wäre viel angenehmer weil sonst überlese ich deine nachrichten irgendwie dazwischen also 0,04 cent war tiefste bereich wir sind bei 0,19 das heißt wir haben ungefähr maximal fünf ex hinter uns zwei millionen 20 millionen market cap was sehr schön ist zwei millionen 24 volumen und von den 200 millionen ipad token weil auf die firmen und bnb läuft sind aktuell 50 prozent im umlauf wir können uns mal das ganze anschauen weil sie nach einem interessanten kriptos willkommen bei ipad obwohl ich mir glaube ich etwas über uns was ipad hat sich zum ziel gesetzt kai für alle zugänglich und wirkungsvoll zu machen zum auftakt dieser einfüllung möchten wir unsere community einladen den viralen scan abzuschließen um auf die whitelist für den unglaublich gelegenheit zu kommen wir glauben dass wir dadurch die leidenschaftlichsten und engagiertesten menschen on board holen können die bereit sind sich der kai revolution zu stellen interessant interessant deep learning blablabla so wie es funktioniert künstliche intelligenz da hast du oberbegriff also das große maschinelles lernen geht schon eine tiefe stufe tiefer und es wirklich sehr schön erklärt dann künstliche neuronale netze so wie es miteinander vernetzt ist das ganze und deep learning ist denn es komplett ohne also bei 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 den anderen ist es halt ja so dass man damit sachen füttern muss bei deep lernen also mit mit daten mit sachen dass die ki sich dann daraus informationen rausziehen kann oder damit informationen erstellen kann bei deep learning geht es darum dass es komplett von sich aus alleine alles lernt ohne mit irgendwas gefüttert zu werden mega interessant spekulativ kann man da bestimmt rein investieren und das projekt gefällt mir persönlich schon auch nicht erhalt sage ich mal 5x vom tiefsten punkt 20 million market cap muss ich mir mal genauer anschauen kann man maxi und so weiter kaufen richtig cool was haltet ihr von ipad schreibt mir gerne mal das ganze auch rein würde mich interessieren was ihr dazu haltet chiller ak mein bester wünsch dir auch einen wunderschönen abend war kurz abwesend ich restreme noch mal um deine meinung zu den letzten projekten zu einer gerne mein bester wenn nicht was vergessen haben sollte tut es mir echt leid weil gerade ist hier ein bisschen chaos ja gegen gbt bin ich auch heute rein okay gerne ich habe mich persönlich auch interessant gegen gbt habe ich auch jetzt mal hier reingeschrieben schaue ich mir gerne nach mal triple schon angeschaut grüß vom land okay mein bester bauer 08 15 mega cooler name ehemaliger seo von binance folgt dem folgt dem bei ex das ja stimmt 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 das habe ich schon mal das habe ich schon mal gelesen habe triple habe ich mir auch schon öfters angeschaut triple ist ein sehr sehr interessantes projekt es ist sehr stark in richtung influenza gedacht das ganze kann man auch hier sehen möchte mit ki dafür sorgen dass influenza besser vernetzt werden besser monetarisiert werden besser alles besser und besser wirklich cooles ding cooles ding ich habe mich auch hier angemeldet app starten ich weiß nicht ob ich noch angemeldet bin ja ich bin auf jeden fall die angemeldet aber ich müsste mich machen mache ich ein separates wieder noch dafür er dazu wollte unbedingt mal ein video noch zu chillplay machen auch das mit mit dem CEO von binance hustig mega interessant wird auch meiner meinung nach eines der nächsten projekte sein wurde ich investieren möchte 8 millionen market cap da ist wirklich luft nach oben 0,002 cent war der tiefste bereich wir haben schon seite ein 10 ex hinter uns das heißt anfangs bereiche waren ungefähr bei einer millionen market cap die tiefsten bereiche mal schauen ich habe das projekt hier irgendwo obwohl wir haben das uns hier irgendwo angeschaut gehabt weil wir haben eigentlich auch relativ guten preisen aber seither ist hat sich dreiecks hinter sich mega interessant aber das kommt definitiv auf meine liste zu play definitiv sind da noch mehr anstiege möglich obwohl 10 ex aber wir haben eine 8 millionen market cap aber ich werde noch ein separates video dazu machen mich noch mal tiefgründer damit beschäftigen quintin wünsche dir auch einen wunderschönen abend guten abend ihr lieben mega freut mich gerne auch wenn du gute projekte hast einfach rein in den chat wir schauen uns das gerne an wir haben aktuell auch wie viele ich nicht was noch geplant ich muss jetzt sagt bevor ich werbung bekomme wir sind aktuell 24 zuschauer und nur 12 likes meine besten haut einmal kurz auf den like button ansonsten falls ihr auch neu auf dem kanal sein sollte einmal diesen kanal abonnieren weil dann werdet ihr definitiv nicht benachrichtigt wenn ich gute projekte frühzeitig wenn ich gute projekte frühzeitig hochlade das ganze haben wir zum beispiel mit tau gehabt hey wir haben als community tau ich kann euch mal das ganze zeigen zu preisen einkauft mein erstes wieder zu tau wo war das war ja das war so das ist schon so lange her vor zehn monaten habe ich zu bitten so tau ein video gemacht dass man mit tau millionen verdienen kann die meisten haben mich beide schaut euch mal an mein erst sehr altes video von mir guck mal wie ich aussah das auch nur derselbe hintergrund so sah mein hintergrund aus ich habe mich wirklich hier mit 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 schönen videos habe ich noch gezeigt hey tau ist so macht so im hintergrund habe ich kai videos laufen lassen habe erklärt was bitten so und ihr müsst mal schauen wo bitten so damals war zu welchen preisen schaut euch mal an wo bitten so damals war bei 40 dollar und da habe ich leute ich habe auch einige beleidigungen raus löschen müssen das noch wirklich sehr viele von euch noch drei roger ist noch da viele viele früher ein projekte ist das eine hier ökonom machen lächerlich bla 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 da ja guck mal da hat einer schon geschrieben dort ist damals den richtigen richter gehabt vor drei wochen und da gab es noch viele viele negative kommentare ich habe mich musste vieles löschen da gab es beleidigungen weil ich dieses projekt vorgestellt du bewirbst uns jetzt gern und was ist dann passiert meine besten was ist dann passiert habe ich euch echt zu uns gern beworben gehabt ich war von diesem projekt sowas von überzeugt und ich habe da gut dick eingekauft und einige von euch auch da sind einige mit mir eingestiegen aber ein viele leider haben gesagt es gern ich investiere da kein cent rein nur bitcoin oder was weiß ich schaut euch mal an bei 40 euro wo wir uns jetzt mit bitten zu finden das ist nicht das einzige beispiel auch bei kudos ist dass selbe fall gewesen wir sind bei wir haben schaut euch mal an wir sind ungefähr bei 657 euro wir haben das schon verzehnfacht und sogar noch mehr ja jetzt ist das ist halt immer die sache wenn wir und da können auch noch mal sehen wie schön dass wo habe ich das jetzt mit dann habe ich jetzt gelöscht nach hier da war die marke cap von bitten so ungefähr bei 170 millionen schaut euch ja 170 millionen das ganze kann man hier noch sehen interessant das 24 stunden gehandelte lumen lag bei ungefähr 500 ja es war relativ wenig also es war das war noch andere zeiten da war es noch ein bisschen anders da rein zu investieren da war der token auf rang 2800 irgendetwas ane das war bei 170.000 oder 170.000 das sind 170 millionen ich habe keine ahnung damals habe ich nicht darauf geachtet ich habe viel ich habe das wie das das war so schön es war wirklich so schön in dieses projekt damals zu investieren ich habe da nicht wenig investiert und ihr könnt mir glauben ich bin so glücklich darüber dass ich damals da investiert habe daher sage ich jedes mal wenn ihr in der zukunft gute projekte nicht verpassen weil wir genau solche projekte suchen einfach nur abonnieren ihr verliert da nicht das ist es tut nicht an eurer ehre schaden ihr tut es ist im gegenteil ihr habt was davon ihr habt was davon weil ich dann immer euch die guten projekte wovon wurde nicht persönlich investiert dann auch hochlade hey ich habe den happy protokoll in kateon habe ich investiert glitlab habe ich play das zeige ich euch pixels habe ich nicht investiert aber ich habe auch im video erwähnt wo ich auch nicht investiert aber ich habe trotzdem erwähnt gemakon habe ich nakamoto games was auch immer happy protokoll und das zeige ich mir zu kudos habe ich ein video gemacht gefall eingekauft ob das ist dick eingekauft guten profit das einzige was wir machen müssen einfach nur abonnieren und danach nach und nach die videos anschauen wo ich interessieren und wenn ihr immer up to date sein solltet einfach mal in die telegram über von uns reinkommen da schreiben wir wirklich da bin ich so aktiv bzw ihr seid alle aktiv das ist das ist wie so ein kaffee wo wir hin und her schreiben und nur über kryptos sehen mega interessant ein youtuber hat sogar nachdem er sich den chart angesehen hat es live in einem live stream als ein scam einsortiert und sich darüber lustig ich kenne das video ich kenne das video und ich will mal wissen wie sein gesicht heute aussieht hier da waren die bereiche wo wir das haben und ich habe ja nicht nur ein video gemacht ich habe ich halte zwei drei tage drei jungs da passiert das da passiert dass ich bin auch in der telegram über gewesen jetzt wird nur noch ein video von chainback hat dass man den anstieg noch prüft ja ich habe damals bei uns in der telegram habe ich ja chainback erwähnt gehabt ich habe da nicht investiert weil ich das mit 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 swap da nicht ja uniswap mich da nicht so auskennen ja keine ahnung ich rede von xan mein bester ach so du redest von xan ich habe das video zu tau gesehen da gab es auch ein youtuber der sich gelustig gemacht hat ja xan du meinst ja hoffentlich nicht mich also bitte ich habe ich habe jetzt keinen direkten bezug ich wünsche dir wirklich die ganzen gewinne mach halt es hat mich nicht ich spekulativ kann da jeder reinigert aber das sind halt ja hey wenn du egal auf jeden fall feiern wir den ersten super in einem live oh evercloud ich habe es übersehen mein bester du hast zehn franken geschickt danke danke das ist wirklich eine große ehre für mich und mega ich wünsche dir diese zehn franken hunderttausend mal einfach zehntausend mal hunderttausend mal zurück verdiene es mit jedem deiner projekte ich wünsche es generell euch an auch xan crypto macht so viel geld wie du nur kannst verdienen das was was du verdienen sollst auch bauer auch quentin alles ich würde gerne euch jeden jedem einzelnen von euch gönne ich das was ihr euch verdienen wollt das was sie an geld haben wollt eure finanzielle freiheit ich gönne euch alle eure träume ich wünsche all dass sie alle eure träume euch erreichen so werdet definitiv gibt niemals auf auch wenn ihr ab und zu mal up and down hat das mal was läuft und mal was etwas was nicht läuft dass sie trotzdem an euren ziehen dran bleibt dass sie alles dafür setzt um eure träume zu erreichen ansonsten bin ich wirklich sehr sehr dankbar dafür dass ihr bis zum schluss dran geblieben seid wir sehen uns definitiv beim nächsten live stream und